Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Starkiller für videospielplans.eu mit einer weiteren Folge für Let's Play Dark Souls 2. Wir befinden uns immer noch... Wo auch immer? Nein. Ah, hier ist die Kiste. Bei den gemeinen Gegnern befinden wir uns, die wir alle doof finden. Fertig. Ruhe. Nicht schon geholt. Den... Die Kiste wird in Fanki. Genau, wo wir gerade schon mal hier sind, gehen wir gerade zurück und upgraden unser Claymore etwas weiter. Ich bin hier, wo wir gerade wieder zurückgehen, gehen wir weiter, gehen wir weiter, gehen wir weiter. I'll be around if you make it back. I'll be around if you make it back. I'll be around. Oh, hello again. Well, I do hope I'll see you again. I'll be around. 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 flame. I'll be around. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Scheiß Bogenschützen. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's.